Ja, 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 was ist das denn? Na hier, nimm doch deine scheiß Corp-Webs, mal ganz im Ernst. Hier, nimm doch deine Corp-Webs, los. Und, zack. Äh, es geht. Hallo Freunde, einen flauschen guten Tag, wünsche euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars am heutigen Tage. Und, ja, was soll ich dazu noch sagen, ich bin halt klasse, ne, und hier tut man seit einem Chat-Rumpo-Zone, wie cool er denn sei, weil er jede Runde hier gewinnt. Und deshalb, würde ich sagen, klatschen wir den jetzt einfach mal ganz gedingt hier weg, damit er mal sein Mundwerk hält, denn der geht mir so langsam hier auf die Nerven. Ich bin, ich gewinne, ich bin voll klasse. Weiß man nicht, ob der gut ist oder nicht. Wenn ja, müssen wir uns hier ein bisschen anstrengen, aber wenn nicht, klatschen wir den einfach so weg. Ich wette, das ist so jemand, äh, vielleicht ist es auch nicht so einer, aber vielleicht ist es sogar einer, der gleich in die Mitte geht, um sich den besten Stuff zu holen, damit er, Moment, wenn er jetzt in der Mitte ist, ist er, okay, er ist in der Mitte, das heißt, er ist nicht gut. Er holt sich nur den guten Stuff, damit er überhaupt eine Chance zum Überleben hat. Was geht, Teddy? Äh, okay, Alter, wie scheiße ist er denn? Sorry, wenn ich hier irgendwelche nicht schönen Ausdrücke fallen lasse. Aber er hat vorhin geschrieben im Chat zu einem Typen, wie schlecht, und jetzt spielt er mit Eiern und Schneebellen. Denkst du, du bist jetzt besser oder was? Aber mal ganz im Ernst, was ist das denn für ein Typ? Okay, hier haben wir schon mal Wassereimer. Den nehme ich mit. Weiß, ja, euch ja auch. Und dann spielt er noch mit Copwebs mit seinem Equip. Ja, ganz super, ihr macht's ganz fein. Boah, tschüss. Ja, moin, ne? Was geht? Schön zurück. Wir wollen ja hier den Mindestabstand einhalten. Ich hab ne gute Idee. Ach, jetzt will er dieses Spiel spielen. Ne, okay, kann er haben. Okay, ja, Jackpot. Nein! Er hat sich wieder gerettet. Ach ja, wahrscheinlich, ne? Ja, komm doch. Mach doch mal was. Wir spielen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay. Ja. Ja. Ja, was ist das denn? Na hier, nimm doch deine scheiß Copwebs. Mal ganz im Ernst. Hey, hier. Nimm doch deine Copwebs. Los. Ja, heil mich ruhig mit. Och, meine Güte. Wie der sich hier die ganze Zeit heilt und mit Copwebs spielt. Junge, Junge, Junge. Ey, der hat aber sowas von schwierig gespielt. Wir haben jetzt inzwischen mal ein bisschen Chat diskutiert über diese angebliche Strategie. gleich in die Mitte zu düsen, um sich das beste Equip abzugreifen. Und der Spiel anscheinend auf Stats. Also, Leute, die auf Stats spielen, kann ich eh nicht verstehen. Ich finde es einfach so schrecklich, auf Stats zu spielen. Es ist einfach nur anstrengend. Mann, also, ich habe früher mal ein bisschen auf Stats gespielt. Inzwischen scheiße ich da drauf. Ich spiele Skywars hier, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwelche Zahlen im Chat lesen möchte. Jo, äh, hat der einen Kompass oder woher weißt jetzt, dass ich hier bin? Teddy, äh, was geht? Äh, das, was nicht fest ist, würde ich behaupten. Jo, 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 ey, was bist du denn für ein Honk? Mal ganz im Ernst. Tschüss. Habe ich gar keinen Bock drauf. So. Da gehen wir nach oben. Und tschüss. und zack. Stirb mal. Dankeschön. Wie er meine ganze Insel wegspringt. Oh nein. Jetzt sind die ganzen Dias auch noch weg. Ach, komm schon. Das kann doch nicht sein. Ey, nein, bitte, bitte. Ich will hier noch den Diamanten. So, zack. Jetzt hat er das hier aufgeschwenkt. Das ist natürlich jetzt optimal, natürlich. Jetzt kann ich mich hier einfach bedienen. Dankeschön. So, jetzt muss ich mir erst mal hier, jetzt muss ich hier erst mal aussortieren. Schönen Dank auch. So hat er mich hier komplett zugemüllt. Junge, ist hier gerade ein Hubschrauber vorbeigeflogen oder was sind das hier für Geräusche? Wo bist du? Na, du siehst mich doch. Hallo. Oh nee, bitte sag nicht, du hast das Subkit. Wenn du Subkit hast, ehrenlos. Einfach nur ehrenlos. Ehrenlos in der Mitte zu sein mit Subkit. Wenn er jetzt Subkit hat, ist er ehrenlos. Junge, du kommst doch nicht zu mir. Wollen wir hier kämpfen oder wie? Was ist? Jetzt, hier können wir doch nicht kämpfen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach komm, nee. Hallo. Komm mal. Die Grund, ach komm schon. Wir können doch hier nicht kämpfen, die ganze Insel ist kaputt. Wie stellst du dir denn das vor? Ja, ganz fein. Hast du dir einen guten Spot hier ausgesucht? Ja, was haust du denn die Luft? Die hat dir nichts getan. Wow. Wow. Das ist so eine gute Taktik. Mit dieser Taktik wirst du, warum wirst du jetzt noch Goldäpfel? Komm, als ob du... Oh, nee. Oh, nee. Komm, jetzt mach nicht. Boah, bin ich ein krasser Spieler, genau wie er. Oh Gott, nee. Also mit wem habe ich es denn hier zu tun? Oh Gott. Tschüss. Bitte. auch gutes Zeug. Ich muss mal ein bisschen generieren. Blöd. Jo, was frisst du die ganze Zeit? Goldäpfel, du hast Suppen, du hast Goldäpfel, du hast das beste Schwert gefühlt, du hast die beste Rüstung. Ja, nö. Na, wenn du diesen machst, dann mach ich auch einen 30er Move. Ganz im Ernst. Nee. Nö. Spiele ich nicht mit? Oh Gott. Hilfe. Nein, so spiele ich nicht. Du bist doch verarscht, als ob ich mit dir spiele. Du hast Goldäpfel, du nimmst doch Suppen, obwohl du eh das beste Equip hast. Was bist du eigentlich für ein Typ? Ah ja, ich muss hier den ganzen Tag stehen, erst mal hinsetzen. Ist ja hier anstrengend. So lässt sich angenehmer zu warten in den schönen weichen Blättern, die quadratisch zu einem Würfel gepresst wurden. Ähm, bist du irgendwie, als ob ich dich von oben hier mit meiner Angel treffen würde. Du bist doch, wow, also das hier ist einfach der Schlaue als Mr. Dr. Professor Einstein. Das muss man ihm echt lassen. Er baut jetzt gefühlt noch eine zweite Insel, weil ich ihn ja davon runterschubsen könnte mit meiner Angel von hier. Ach, jetzt kommt er erst. Na, ganz super. Na, du bist ja einer. Na, wir werden hier noch eine Menge Spaß zusammen haben. Da bin ich mir sicher. Schön, er baut sich hoch. Dann haben wir mal Spaß. Wo bist du denn? Kommst du? Ähm, warum sollte ich? Ja, ist es schön. Also, ich habe keinen Grund, mich hier weg zu bewegen. Äh, er ist gestorben. Junge, ich bin hier durch die halbe Map gelaufen, nur damit du von alleine stirbst. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschau. Leute. Jr.? Ich caught Musik. Und mich war wieder mehr. Tschüss. Tschüss. Und war Angst. Und waren Angst. Undksam istatamente, nicht in die worsh osób. Tschüss. Und auch stir das Top für ein bodiesμ Wonpa. Und das sind wirklich w�mer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.